Oho! Hallo meine Hübschen! Heute will ich euch einen neuen Minecraft Glitch vorstellen, den Timed Glitch. Zu deutsch Zeitglitch. Wie jeder englische Anfänger allein übersetzen kann. Also, als erstes wollen wir mal mit einer rapiden Geschwindigkeit zu diesen Baum sprinten. Aber so richtig schnell. Okay, zählen wir mal die Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, ja. Circa 20 Sekunden. Und jetzt wollen wir mal wieder bis dorthin das Sprinten, aber diesmal in, sagen wir drei Sekunden. Ihr fragt euch sicherlich, Jens, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Jens, bitte verrate es uns. Okay, dazu drücken wir erstmal Escape und gehen in die Datum und Uhrzeiteinstellung von Windows. Jetzt ändern wir die Uhrzeit. Um ca. eine Stunde. Sagen wir von 19 Uhr zu 20 Uhr. Jetzt drücken wir OK und OK. Und jetzt rastet Java extrem aus. Denn Java möchte die Systemzeit an die Minecraft-Zeit angleichen und das ist das Ergebnis. Ihr seht, das ist ziemlich genial. OK, wir haben es geschafft. Und jetzt buddeln wir uns einfach mal in die Erde runter. Mit einer Spitzhacke geht es schneller. Ihr seht, das ist einfach nur geil. Und mit dieser Methode kann man Obsidian so derbe schnell ernten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist der Hammer. Der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Magisch. Unglaublich. Wunderbar. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Erstmal ist es von mir Vogel. Ähm, bitte kommentiert. Macht ein Abo. Äh, gebt mir ein High Five. Und kein Plan. Macht doch alle, was ihr wollt. Tschüss. Musik 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 Musik